Was geht, meine Lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Heldin News, Leute. Endlich gab es den Kampf Sioux gegen Banks, Leute. Das Ganze hat mit einem 2 gegen 2-Schlag gefunden. Auf der einen Seite Sioux und MBK gegen Banks und Russik. Auf der anderen Seite, Leute, wir werden den Kampf auf jeden Fall analysieren. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, dass Russik leider, leider, leider Downgang ist, meine Lieben Freunde, in diesem Kampf. Kein anderer als den Kampf Downgang. Wir werden den Kampf analysieren. Denn zuerst gehen wir aber erstmal rein in die ganzen Übersichten, in das Power-Ranking. Denn da hat sich wirklich sehr, sehr, sehr viel geändert. Und zwar, Leute, seht ihr, hier gab es auf jeden Fall einige Änderungen im Vergleich zur letzten Folge. Ich habe Banks nach diesem Kampf, den wir gleich nochmal gründlich analysieren werden, Leute, wieder runtergerankt. Ich hatte ihn ja kurzzeitig nach diesem Kampf im Wasser, nach diesem richtig krassen Kampf zwischen den Ampelkriegern und den Königskriegern, habe ich mir ein 9,1 gegeben nach dem heutigen Kampf Downgradation, aber wieder zurück auf 9,0, meine Lieben Freunde. Die ganzen Gründe werde ich euch gleich natürlich, wenn wir den Kampf analysieren, verraten. MBK habe ich von 7,0 eine 8,0 gegeben, Leute. Das ist ein riesengroßer Sprung, Leute, aber MBK wirklich underrated. Das ist kein Witz, Leute. Ich weiß, viele werden sich vielleicht in den Kommentaren beschweren, aber vertraut mir, MBK ist wirklich underrated. Und Kian habe ich auch etwas erhöht, Leute, im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe ihm ein paar Sachen, ein paar Tipps gegeben, Leute, und er hat das wirklich von jetzt auf gleich direkt angewandt. Konnte wirklich sich viel krasser beweisen im Kampf. Und ich denke, in den zukünftigen Kämpfen, nicht nur auf Gormason, auf dem Minecraft-Heldenserver, wird Kian da auch einiges reißen können. Und auch hier, Leute, seht ihr insgesamt 4, beziehungsweise 5 Veränderungen, meine Lieben Freunde. Denn wir sehen oben links auf jeden Fall, dass Rustic erst mal sein drittes Herz verloren hat. Hat so nur noch 2 Leute. Sein Power-Level habe ich auch etwas nach diesem Kampf niedriger gemacht. Hatte davor, glaube ich, 7,0, hatte jetzt 6,8. Wir haben Ryan. Davor hatte er ein grünes Power-Level, sprich 5,0. Ich habe ihn noch nie kämpfen sehen. Ich habe aber letztens gegen ihn auf Gombay gefeitet. Und er war früher ein Schwitzer. Und ich sage euch ehrlich, er hat auf jeden Fall noch was drauf. Auch in der neuesten Version. Ich gebe ihm auf jeden Fall eine 7,2. Er könnte auf jeden Fall da was reißen im Projekt. Dann, Rainy hatte auch einen kleinen Kampf gegen die, ähm, gegen iCrimax, gegen Vive und gegen Blackjack, glaube ich. Hat aber im Kampf zwei ganze Male seine Goldäpfel einfach gedroppt. Ähm, ich kann euch da vielleicht noch einen kurzen Clip da zeigen. Und ja, Leute, genau deswegen hat er, weiß ich nicht, irgendwie ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, die Hotkeys nicht richtig gehabt. Auch sein 1,8-Schwert, äh, was er da hat, wo man anscheinend 1,8 per OP machen kann, ähm, hat er auch nicht richtig wie 1,8 benutzt. Und wahrscheinlich werden die Hits dann nicht wirklich registriert, wegen dem Balken, der trotzdem vorhanden ist. Aber dann denke ich mir, warum trägt Kämpfer dann mit dem 1,8-Schwert, was viel weniger Eingriffsschaden hat, als ein Diamantschärfer 5-Schwert. Weiß ich auch nicht, Leute. Aber Rainy trotzdem ein 1,0-Spieler. Dann haben wir noch Alpha-Stand, äh, auch ein bisschen niedriger gemacht, weil er, äh, im Kampf gegen Sue auf jeden Fall richtig krass, äh, kassiert hatte letztes Mal. So, Freunde, kommen wir nochmal ganz kurz zur Clan-Übersicht und hier sehen wir, dass Danergy und Ryan jetzt Anwärter sind für die Ampelkrieger. Alpha-Stein ist somit offiziell drinnen, aber Ampelkrieger, äh, versuchen jetzt zwei neue Mitglieder durch Danergy und durch Ryan zu bekommen, was den Clan nochmal um einiges boostet wird, vor allem durch Ryan, Leute, weil Ryan wirklich ein sehr starker, äh, Spieler ist. Eiskrieger, äh, das habe ich gerade gar nicht angesprochen, aber die Herzen waren auf jeden Fall, äh, weg. Armin hat ein Herz verloren, Leute, durch, äh, I-Cry-Max, wir gucken das gleich auch nochmal an in der Kill-Liste, Leute, wie sich da alles verändert hat, aber Rainy und Armin immer noch bei den Eiskriegern. Weil Danergy ist natürlich bei den Ampelkriegern, äh, oder probiert, den Ampelkriegern zu gehen, äh, muss er natürlich den Königskrieger verlassen und ist somit, äh, beziehungsweise der Clan besteht somit nur noch aus vier Mitgliedern, immer noch sehr, sehr, sehr stark. Ich glaube, äh, MBK wird jetzt auch sich offiziell bald den Königskrieger anschließen, wenn er es sich jetzt schon getan hat. Bei den Paubega-Rittern bin ich mir immer noch unschlüssig, ob dieser Clan jetzt noch besteht oder nicht, äh, da haben sich die Wege auf jeden Fall von einigen getrennt. Trotzdem kämpfen wir noch zusammen, da bin ich auch noch ziemlich unsicher, Leute, falls ihr da mehr wisst, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Okay, Leute, kommen wir hier jetzt zur Kill-Liste und zwar sehen wir, dass ein Crymax jetzt mit drei Kills immer noch auf Platz zwei ist. Er rückt Ente immer näher mit seinen Kills, hat natürlich durch den Kill, äh, von Armin jetzt, äh, sich noch hochgepusht, hat jetzt drei Kills. Und wir sehen auch auf Platz zwei jetzt, äh, auf Platz drei, sorry, mittlerweile jetzt auch MBK mit seinem zweiten Kill, der heute geschehen ist, auf Russik. Und ich bin jetzt echt gespannt, Leute, wir gehen jetzt rein in die zwei gegen zwei Kampfanalyse. Okay, meine Freunde, wir gehen jetzt rein in die Analyse zwischen den beiden Teams, Leute. Ich bin echt gespannt und ich will auch nicht wirklich um den heißen Brei herumreden. Wir gehen direkt rein. Let's go! Oh, okay, 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 so Leute, ich hoffe, man hört alles. Okay, macht einer von euch, drei, zwei, eins, Tor und, ja, und dann geht's los. So, okay, jetzt muss der Turm passen, Leute. Okay, wir machen. Ich muss ehrlich sagen, Sue und MBK, vor allem Sue, ging von allen, äh, Spielern am besten vorbereitetsten rein hier in den Kampf. Sue, glaub ich, mit, äh, über einen, halben Stacks Gold-Apfeln, zwei Stacks, äh, 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 Cop-Webs, also, äh, Spinnnetzen, genug Wasser, genug Lava. Also, Sue wirklich, äh, sehr, sehr, sehr vorbereitet, finde ich sehr, 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 sehr gut, Leute. Und die hatten auch eine Regel, äh, glaub ich, dass man nicht abhauen durfte, bis man, äh, bis der erste Down geht oder so. Die haben sich für jeden Fall für den Kampf verabredet, Leute. Ich bin echt gespannt, let's go, wir gehen rein. Jawohl, macht ihr ruhig. Okay, drei, zwei, eins. Oh, let's go. Oh mein Gott. Okay, die hatten auf jeden Fall. Scheinbar eine Taktik, Leute, besprochen, weil Sue hat ihn auch direkt einmal vorangeguckt, dass sie sich Gold-Apfel reinfetzen und instant reingehen in den Kampf. Und Leute, ich, schaut euch das mal an. Sue perlt hier instant rein. Also, die, ich schmur ein bisschen vor, beziehungsweise, warte, ist das hier schwierig, hier. Drei, zwei, eins, go. Gucken Sie sich an, Leute. Essen einen Gold-Apfel. Sue perlt hin. Einschlag ins Kopfweb. Das war wirklich ein sehr, sehr starker Move und ich glaube, Banks hat damit gar nicht gerechnet. Also, das Spinnnetz doch mal direkt dahinter her zu platzieren, war wirklich, guck mal, das war, also, das war wirklich sehr stark. Guck mal, wie lange auch Banks braucht, um sich zu löschen, weil er wirklich nicht drauf klarkam, wie schnell diese Kopfwebs und dieser Move überhaupt platziert worden ist. Nicht nervös sein, Leute. Nicht nervös sein, Leute, es ist hier sagt es, Leute. Also, ich sag euch ehrlich, wer am meisten nervös wäre, den Kampf, ähm, hätte auch verloren. Aber wir wissen ja schon, dass Russik hier im Kampf am Ende des Tages, äh, ja, gestorben ist. Und der, also, die Kopfwebs von Sue sitzen, die sitzen wirklich sehr, sehr krass. Das war richtig gut gemacht. Sue Kopfweb, Lava von MBK. Und Sue wusste leider nicht, ob das in der, in der Kopfweb jetzt MBK oder Russik ist, obwohl er ihn davor gekoppelt hat. Aber das ist aber nicht schlimm. Er hat auch ein bisschen, äh, Vorsicht ist hier geboten, hat auch erst ein bisschen gechillt, bis er schießt. Das ist eigentlich sogar die bessere Entscheidung gewesen. Aber er hätte natürlich auch wissen können, dass da Russik drin ist und nicht MBK. Ich hab nicht gesehen, dass, oh mein, ich hätte ihm gute Hits geben können. Das war gut, das war gut. Sonst, also die Anfangsphase vom Kampf, auf jeden Fall MBK und Sue dominanter als Banks und Russik. Safe, mit Abstand sogar, Leute. Schaffen das! Anfang des Kampfes, Dominanz von Sue und von MBK. Guck mal, die Kopfwebs. Ich glaube, Banks ging auch rein mit zwei Stacks Kopfwebs und er hat echt kaum welche benutzt. Anders wie Sue, er hat wirklich sehr, sehr, sehr viel benutzt. Und hier vielleicht ein bisschen zu viel auf Lava und so gegangen. Hätte ein bisschen, ein bisschen vielleicht mehr mit dem Schwert reingehen können. Ist aber trotzdem gut gewesen. Banks natürlich auch einen sehr, sehr krassen Vorteil gehabt mit seinen Suppen. Hier nochmal eine richtig gute Crit Chain von Sue. Also, wie gesagt, die Anfangsphase zu 1,0% für Sue und für MBK. Leute, hier wieder richtig, richtig gut in Kopfwebs gesetzt. Also, Sue macht das für einen Kopfwebs echt sehr, 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 sehr gut, muss ich sagen. Wirklich, sehr krasser Kampf. Das Einzige, das kann ich aber gleich nochmal ansprechen, wenn es ein bisschen deutlicher wird. Geh, 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 geh. Banks auch wirklich, er redet kein einziges Wort, ne. Durch geht am Tryharden. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Sue noch hier am Motivieren. Wirklich, richtig, richtig gutes Teamplay. Russik und Banks wirklich null am Reden. Richtig, richtig gutes Teamplay von Sue von MBK. Und in dem Fight ging es halt darum, von wem zuerst die Rüstung braked. So ist es halt. Und wir sehen auch, dass Banks auf jeden Fall sehr, sehr oft sein Schild benutzt. Und Sue, äh, leider nicht so oft, ist aber nicht so schlimm, muss ich sagen. Im Endeffekt, okay, wenn man mit dem Bogen gespamped wird, ist es schon sehr wichtig, sein Schild zu benutzen. Aber, ähm, ich glaube, Sue benutzt hier im Kampf wirklich kaum sein Schild. Was eigentlich, ja, nicht so gut ist. Aber hier nochmal ein richtig krasser Game-Trader gewesen. Trank der VR-Resistenz. Wahrscheinlich, weil man sie nicht machen kann, gedroppt durch eine Hexe. Sehr, sehr krass hier im, äh, gejust. Ähm, um Dämmel zu reduzieren, aber auch, um, äh, Schaden, äh, durch, äh, Schaden von der Rüstung zu reduzieren. Weil man kriegt jetzt keinen Brennschaden, heißt, man kriegt auch keinen Schaden auf die Rüstung. Geht's dir gut? Guter, guter, guter Joker, den, äh, Sue hier hatte auf jeden Fall. Hier fragst du nochmal, ob es, äh, an dem Mikael gut geht. Geht's dir gut? 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 Und, Leute, wir sehen, der Helm ist nur noch bei 57%. Und hier sehen wir nochmal ein kleiner Eins-gegen-Einstellet zwischen Banks und Sue. Und ich sag euch ehrlich, also, Sue, guck mal, die Cockwebs von Sue sind richtig gut. Das Placement von seinen Cockwebs sind wirklich Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Am Anfang hat er sein Lava-Eimer verloren, was aber auch gar nicht schlimm ist. Wir haben Flamme auf dem Wurm, wir haben Verbrennung auf dem Schwert. Lava-Eimer finde ich nicht mal so, so, so krass stark bei Minecraft-Helden. Aber Sue wirklich richtig krass hier, auch gegen Banks am Kämpfen. Hier sehen wir, dass Russik auch nochmal kommt. Kleines 2v1, aber MBK auch von hinten mit dem Bogen. Richtig starke Hits, man. Die Jungs sind wirklich gut. Hier sehen wir, dass Banks sehr außer Schild benutzt. Das ist gut von Banks. Sue benutzt kaum außer Schild, aber dafür geisteskranke Cockweb-Plays. Und wirklich auch sehr, sehr gute Hits hier. Hier nochmal ein kleiner Kampf zwischen Russik und Sue. Russik auch, muss ich sagen. Ich glaube, die beiden waren ein bisschen genervt von Russiks Bogen, weil Russik halt Schlag 2 auf seinem Bogen hat, was wirklich sehr, sehr, sehr nervig sein kann. Enderperle, kurz zurückziehen, Goldapfel rein, löschen und direkt wieder rein. Banks. Beide auf Banks, ja, guter Call. Da geht's hier aber eher auf Russik wieder. Russik mit dem Bogen halt wahrscheinlich da. Ja, wirklich von MBK auch wirklich so, so, so gute Call. Zurück durch Turnaround auf Russik. Und dann geht er auch auf Russik, dann Banks wieder rein. Banks muss sich so viel löschen, beziehungsweise er muss sich so oft befreien aus diesen Cockwebs und muss so oft den Wassereimer benutzen. Und da hat Sue halt so viele Chancen, mit seinem Bogen zu hitten beziehungsweise einfach mit seinem Schwert drauf zu gehen. Also in Kampf, ich sag euch sogar von Anfang bis Ende, Sue und MBK, die Kombi geisteskrank. Ich glaube sogar von Anfang bis Ende in Kampf einfach dominanter. So Leute, und hier gucken wir nochmal auf die ganzen Hits von Sue. Ähm, in dem ganzen Fight geht Sue's Helm als erstes kaputt von den Vieren. Ähm, das liegt daran, halt obvious, weil Sue halt am meisten Damage getankt hat. Ähm, das hat zwei Gründe. Und zwar, ähm, im ganzen Fight sagst du aus, als ob Sue sehr, sehr viel Damage gemacht hat. Ist auch so, mit dem Schwert zumindest, mit dem Bogen aber nicht so viel, weil die Bogen-Hits von Sue nie voll aufgeladen waren. Ähm, ich habe ihr das aber gesagt, und er hat das jetzt auch auf jeden Fall verstanden, dass full aufgeladene Bogen-Hits viel, viel, viel mehr Damage machen und auch viel mehr auf die Rüstung gehen, als halb oder nur ganz leicht aufgeladene Bogenschüsse. Und das war auf jeden Fall sein Fehler. Er weiß es aber jetzt auch und wird das in der Zukunft auf jeden Fall nicht mehr machen. Ähm, und der zweite, ähm, ja, äh, das zweite Punkt, warum Sue's Helm sehr, sehr viel Damage bekommen hat, ist halt durch die ganzen Bogenschüsse von Russik und die ganzen Hits von Banks, die halt von Sue, äh, in dem Fight nicht geblockt wurden durch das Schild. Und, äh, da sind wir auch gleich im Kampf, äh, der Helm nur noch 10%, ähm, aber ich sag euch ehrlich, äh, auch wenn das, wir schwungten gleich vor bis zum Punkt, wo sein Helm breakt, Sue hatte trotzdem noch über 1 der Gold erfüllt. Ich sag euch, auch wenn der Helm weg ist, Sue hätte noch sehr, sehr, sehr viel getankt. Wir sehen hier nochmal ein kleines 1 gegen 1. Wenn wir uns noch irgendwie eine Suppe ins Inventar reinpacken, äh, äh, haben wir dann auch noch ein kleines, gerade gesehen. Äh, beide Bogen jetzt gehen gerade nicht rein. Sue auch gerade kein Wasser, aber doch, er hat Wasser im Inventar, sorry. Ich hab gerade nur auf den letzten Start geguckt, er hat noch Wasser auf jeden Fall. So, kurze Enderperle, Goldapfel rein, löschen, sehr, 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 sehr gut, Leute. Aber generell im Kampf alle 4, finde ich, bisschen zu wenig gelöscht. Das geht so krass auf die Rüstung, Leute. Generell, alle 4 hätten sich auf jeden Fall viel, viel, viel besser löschen können. Oder viel Stelle löschen können. So, Freunde, und hier ist die Stelle, wie Sue's Helm kaputt geht. Bam, weg. Sue's Helm kaputt, Banks spricht das auch direkt an. Sue's Helm kaputt, Russik und Banks direkt sagen, direkt, ändern den Fokus, zu zweit, direkt auf Sue. Aber Sue, macht es wiederum auch gut. Immer schön Distanz halten, Goldapfel, Leute, ihr seht, er hat noch 60 Goldapfel. Einfach spammen. Seine Schuhe auch noch auf 17%, die Schuhe, das wäre das nächste, was kaputt gehen würde. Aber zu diesem Zeitpunkt hat der MBK von allen Vieren noch mit Abstand am meisten Prozent einer Rüstung, weil MBK, ich finde, wie gesagt, MBK, da war Props an ihn, ich finde ihn, den MVP im ganzen Fight, wirklich, MBK war in diesem Kampf safe, der krasseste, was Colts angeht, was die Hits angeht, was Rüstungsschaden angeht, also MBK war wirklich sehr, sehr gut. Wir gucken trotzdem weiter. Die haben Fokus auf mich gelegt, pass auf, pass auf, also Sue an der Stelle auch wirklich sehr gut gemacht, auch Banks, die ganze Zeit natürlich auch schlau von ihm, dass er natürlich lieber Sue hantet als MBK. Aber gleich kommt die Wendung, Leute, Rüstungsschaden hatte nur 25 Goldäpfel für den ganzen Kampf, war wirklich komplett unverbreitet und wir spüren mal ganz kurz vor, wie oder wann MBK hier den Kill holt und zwar müsste das ungefähr hier gewesen sein und Rustig sagt auch ja schon, Banks, ich werde down gehen, wenn es so weiter geht. MBK wirklich sehr, sehr guten Fokus, die Monster haben echt sehr, sehr genervt und da gönnt sich Sue. Guck mal, spam den Bogen einfach, aber das geht ja nicht so leicht, das geht nicht so leicht. Wenn Sue und mal gute Hits hier, ah, treffen nicht, lässt er nicht laufen, wie er ihn anpackt oder so. Jetzt rein MBK, sehr, sehr guter Gold, jetzt rein Goldapfel. Warte, warte, warte. Ein Appel von Sue, was macht er jetzt? Und, pam, wirklich, von MBK 10 von 10 gemacht, jetzt einfach rein, Confidence gezeigt, MBK hat Rustig einfach eliminiert. Stark, 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 stark. Und jetzt, jetzt auf Banks, guter Ehrgeist von beiden, aber wir sehen unten rechts, unten rechts, Sue's Schuhe auf 0%. Wird den Banks, hätte Banks diesen Fall getroffen oder jetzt den Fall getroffen, wären seine Schuhe kaputt gegangen. Und da wäre es vielleicht was anderes gewesen, aber Banks entscheidet sich hier abzuhauen, aber ich sage euch ehrlich, Banks hätte hier gar keine Chance gegen 2, auch wenn Sue's Schuhe kaputt gegangen wären, Sue hat auch genug Goldapfel, MBKs Rustig war, glaube ich, noch auf 30%. Banks hätte hier gar keine Chance gehabt, sage ich. Aber auch die bessere Entscheidung abzuhauen. Hinterher nicht abzuhauen lassen. Und sie wollten nicht abzuhauen lassen, auch sehr aufverständlich. Der Enderpelle hat Sue dahin nicht gesehen, aber Banks geht gleich einfach ins Wasser mit Wasserschuhen, haut einfach ab. Und ja, aber diesen Kampf, dieser Kampf geht auf jeden Fall an Sue und dann MBK. Von Anfang bis Ende fand ich die beiden auf jeden Fall dominanter. Die beiden waren besser vorbereitet, die hatten Strategien. Und ja, wirklich krass aufgefallen ist die MBK. Sue auch, also dieses Sue-Format, wirklich geistkrank. Russig fand ich hier ein bisschen am schwächsten, aber die Hits und die ganzen Cop-Web-Plays von Sue waren wirklich richtig, richtig gut. Besonders bei den 1 gegen 1 Kämpfen gegen Banks. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat die Analyse und das ganze Ranking sehr gefallen, meine lieben Freunde. Lasst auf jeden Fall einen Like und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, haut rein. Bis zum nächsten Video. Euer Tridan und ciao.